Musik 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 Meine Helligkeit nach nicht mehr so ein Aberregler. Ich bin unglaublich hell. Ich bin eine richtige Leuchtehütte. Ja, im Gegensatz zu deiner geistigen Fähigkeit bist du da im Video echt hell. Der Film ist der hellste Scherne am Digitec-Firmamen. Das stimmt, das stimmt. Ja, herzlich willkommen mit einem steilen Einstieg in den Digitec-Podcast mit mir und Philipp Brueck. Mit Simon Ballissa. Mit Luca Fontana. Und Dominik Berlacher bin ich. Das ist echt lustig, das ist ein bisschen eine Frage, wer als Nächstes sich traut aufzuschrecken. Das können wir optimieren. Das ist ja die 27. Folge. Ja, da haben wir noch ein paar. Da haben wir noch ein bisschen Spinnerhuben. Wir haben jetzt noch nichts aufgeübt. Ja, ich bin Dominik und ich habe gerne Katzen und Videografen. Haben wir noch Spatzig. Also, wir haben wieder eine vollpackte Folge. Sehr eine Newslastige mal wieder, weil CIS war ja auch, wenn sie zwar gar nicht so viel Spannendes gehabt hat. Ist sie schon durch? Ich glaube, sie läuft noch. Bis morgen oder übermorgen. 16. oder so. Dann haben wir zum Galaxy S21 etwas. Wir haben zum Super Mario verschiedene Sachen. Dann haben wir Star Wars in Film... Nein, nicht. In Filmform nicht. In Gameform. Obwohl, doch, dort haben sie eigentlich auch etwas gesagt. Vielleicht weisst du, Luca, dazu mehr. Sonst überrumpel ich ihn jetzt einfach. Oh, oh, okay. Und zum Airborne Kingdom sage ich noch etwas. Aber wir fangen an... Das ist eigentlich nicht News. Das mache ich da jetzt noch irgendwie eins. Aber wir fangen an mit den WhatsApp-Alternativen. Respektive... Nein, stimmt. Wir müssen noch etwas anderes kurz aus dem Weg räumen. Und zwar zum letzten... Es hat Rückmeldungen gegeben zu der letzten Podcast-Folge. Und zwar ist es um ein unglücklicher Kommentar von Martin gegangen. Das, was er ins Schwärmen abgerufen ist. Ich weiss es nicht. Im Takeshis Castle oder dem Land der Raketenwürmer. Dort hat er einfach gerade einen unpassenden Spruch gesagt. Er hat ihn noch doppelt mit so einem blöden, halt nicht so lustigen Wortwitz. Und für das möchten wir uns entschuldigen. Das hat er natürlich nicht so beabsichtigt. Aber wer Martin seine Texte kennt, weiss, dass er seinen eigenen Humor hat. So kann man es sagen. Nein, er hätte sich jetzt auch selber entschuldigt. Aber er hat jetzt rein thematisch da in das Programm gepasst. Das ist ja fair. Aber er ist wirklich... Nein, es tut ihm leid. Er hat schon fast keine Lust mehr zum Wiederkommen. Aber ja, nein, das... Genau. Tut es euch leid. Und ich habe es übrigens rausgelöscht. Das müssen wir uns jetzt gar nicht suchen. Ich habe es ausgeschnitten. Aber wirklich, er hätte es nicht gerade sagen wollen. Er hätte es nicht mehr so sagen müssen. Das wäre jetzt der Easter Egg gewesen. Nein, jetzt tausende von Zuschauern, die sind mir in diesem Skandal gehören. Es ist gerade gegangen und ich habe es auch relativ schnell gefunden. Ich dachte, er kommt, ich kann eine Sexte zu schneiden. Anderer Skandal, den wir noch klären müssen. Phil, nimmst du das richtige Fenster auf? Den Koffer. Damit man das mal wieder ein Video... Schau mal, schau mal. Schau mal, jetzt kann ich es nicht mehr ansehen. Aber ich habe vorhin geschaut, beim Aufnehmen hat es geheißen Meet. Von dem her... Gut. Sonst, falls ihr ihn auf YouTube wieder ein Standbild gesehen habt, dann hat es den Phil halt wieder verkackt. Ja, aber ich habe dennoch, beim Aufnehmen drücken, es standen Meet. Browser, Brave, Meet. Wunderbar. Dafür war es einfach grossen Excel-Tabellen anderthalb Stunden lang. Genau. Vielleicht machen wir dir mal einfach mehrere Standbilder und die streuen ich dann so rein. Nein, aber komm, wir fangen dann an mit WhatsApp-Alternativen, respektive, wer braucht es überhaupt Alternativen? Dort geht es ja darum, WhatsApp hat ja informiert, dass du am 8. Februar musst du den neuen Datenschutzbestimmungen zustimmen und ab dann teilen sie die Inhalte mit Facebook. Ich habe es natürlich nicht durchgelesen, wie in Form hat niemand auf der Welt, aber, oder die wenigsten, aber was ich dann darüber gelesen habe, ist eben, dass sie dann vermehrt, weil sie haben davor schon Daten geteilt mit Facebook und jetzt macht es das einfach noch freier. Und genau, dann ist ja Diskussion losgegangen, ist doch egal, EU und die Schweiz betrifft es ja gar nicht. Stimmt nicht ganz. Also eben, das ist tatsächlich so, dass die EU Sonderregelungen mit dem DSGV, auch abkommen und weil für WhatsApp ist die Schweiz halt auch Europa und wir haben auch eine Regelung mit Irland, das mit der irländischen Tochter von Facebook und nicht direkt mit den Amis und darum fallen wir auch unter das Gesetz. Und das hat eine gewisse Ausnahme, eben, wie viel das denn die bewirken, aber dort geht es darum, dass Facebook tatsächlich deine Daten nicht für Werbung denn darf brauchen. Also die Daten, die jetzt da bei WhatsApp, ist aber wirklich im Fall alles extrem schwammig. Weißt du, es ist alles so, sie dürften deine Daten nicht zum Eigennutz brauchen, weißt du, sondern für Verbesserung der App oder für Missbrauchsvorfälle und so Sachen. Aber es ist relativ klar in diesen Formulierungen, dass das einfach so eine Auslegung sagt und was dann schlussendlich genau passiert, weißt du, einerwege nicht. Und ich glaube, der Kern ist eben, da kann Dominik vielleicht noch mehr sagen, aber ist natürlich, erstens haben sie es ursprünglich auch mal gesagt, sie würden das ja immer trennen, als sie das gekauft haben. Nein, ist das kein Problem, wir trennen das, die beiden Dienstagern. Ja, gut. Ja, das ist fast. Ist auch klar gewesen, aber für mich persönlich ist es so, ich habe das schon immer scheisse gefunden, WhatsApp, der Dienst, der ist einfach schon lange scheisse gewesen, der hat ja mega lange gebraucht, um die ganzen Features zu bringen, die andere längst gehabt haben. Mittlerweile ist es schon okay, aber, ja, wenn du jetzt die Wahl hast, um einen besseren, und musst weniger Daten mit denen austauschen, weil ich doppelte natürlich schon zugestimmt, weil ich dort einfach auch wieder mal geklickt habe. Aber, wo ist denn das gekommen? Wenn du WhatsApp aufmachst, dann kommt es, und dann steht dort, da hast du weiterführende Links zum Thema, wo natürlich niemand darauf klickt, weil du willst wissen, was dein Schatz geschrieben hat, oder? Dann kriegst du einfach auf eine Green, und du kannst es auch nicht mehr zurücknehmen. Ja, das ist natürlich klar, da habe ich auch genug. Und es kommt auch nie mehr. Also es ist auch, es ist auch, es ist ja zum Glück, als ich es gesehen habe, ich habe mal einen Screenshot gemacht, weil ich einfach gedacht habe, unter Umständen wird das mal noch relevant. Und darum weiss ich noch, dass ich googeln musste, als ich es durchgelesen habe. Ah shit, aber das heisst, wahrscheinlich habe ich das auch irgendwie mal, einfach in dem Fall weg, im Halbschlaf, oder voll so auf weggeklickt. Ja, ja. Aber ich finde eben trotzdem, auch wenn man es jetzt angenommen hat, für mich ist, finde ich, es lohnt sich das Gleiche. Und offenbar auch für viele andere, es hat wirklich noch echt, ein Exodus kann man vielleicht nicht sagen, man weiss ja noch nicht, keine Zahlen, wie viel es jetzt da weggegangen sind. Was man aber weiss, dass alle anderen einen extremen Zulauf bekommen haben. Ja, weisst du, das ist dann immer das Gleiche, oder du bist dann nachher nicht mehr auf dem WhatsApp und dann nachher merkst du plötzlich, ah shit, das fucking Leben findet auf WhatsApp statt, weil irgendwie deine Wandergruppe aus dem 2019 dann trotzdem wieder irgendwie aktiviert wird und du bist dann halt einfach wie nicht mehr drin. Also mich, das ist, das wird, das ist ja jedes Mal das Gleiche. Es ist schon mal so gewesen, dass irgendwie WhatsApp bei der Kritik war und dann haben alle irgendwie auf Threema oder auf Signal oder auf, wie heisst das, der russische Telegram gewechselt, oder? Aber ich habe es im Fall nie so beobachtet. Ich habe immer schon andere gebraucht, weil ich finde, es funktioniert ja schon gut, wenn du einfach mit deinen Haupt, zwei, drei Hauptkontakten einen anderen hast, dann ist es auch schon easy, weil eben, schreibst du dann primär dort. Aber ich habe es jetzt also nie beobachtet, dass in der Vergangenheit wirklich viele gewechselt haben. Und jetzt, also ich merke es, ich komme ja jeden Tag irgendwie, irgendwie fünf bis zehn popt es auf, wirklich hinz und kommt. Das heisst, von meinem Stromer zu irgendwie meiner Mutter, zu den engen Kollegen. Bei uns haben jetzt vom Umfeld alle bis auf wirklich ein Kollege und mein Bruder, weil er hat, mein Bruder hat Threema und er weigert sich, weil er findet, dann sind alle dort. Aber der würde auch wechseln, wenn er es dann brauchen muss. Und bei mir ist wirklich nur ein Chat im Fall. Ich habe wirklich nur einen von einer, von einer Sportgruppe, dort ist es wirklich ein Scheiss, weil der dort die Tagkündigungen dort reinhaut. Und wenn ich dann der Einzige bin, wo er noch über das Signal informieren oder SMS muss, dann ja, andererseits, ich zahle ja auch genug, muss ich sagen. Ich bin ja ein Zahlungsmitglied und ich finde, das ist eigentlich eine Bringschuld, nicht eine Holschuld. Aber es ist egal. Aber kommen wir doch mal zu diesen Alternativen. Dominik hat ja dann die Geschichte geschrieben und hat auch für viele Wirbel gesorgt. Über das können wir dann auch noch sprechen. Aber erzähle dich mal die Alternative, die du dort erwähnt hast und was so wie... welche gut und welche schlecht sind. Schlecht grundsätzlich ist keine. Einfach, dass das vorausgeschickt ist. Weil eine sichere App-Architektur ist nicht einfach nur, wer hat die beste Beschlüsselung. Oder wer hat 12'000 Firewalls oder so irgendeinen Scheiss. Das ist alles komplett irrelevant. Es gehen noch viele andere Entscheide dort rein. Und zwar eine Sammlung von Metadaten, welche Daten werden wie lange wo gespeichert. Da kommt dann ein politisch-gesellschaftlicher Ding rein. Und so weiter und so fort. Ich habe mir dann Threema, das Schweizer Produkt aus pfeffiger Schweiz. Soweit ich weiss, irgendwie dort umeinander... Ist das pfeffiger Schweiz? Müsst es pfeffiger Schweiz sein. Du kannst mal weiter googeln. Ja. Weiterzähle ich. Ich google mal. Genau. Dann habe ich Threema angeschaut. Telegram, ein nicht-russisches Produkt mit russischen Wurzeln, was jetzt bei der UAE ist, bei der A-Bar. und sonst ein bisschen überall und sehen die Kids und Navis und das Signal, das ein amerikanisches Produkt ist. Und der Grund, warum ich jetzt die ganzen Nationen erwähne, ist, weil das natürlich Einfluss darauf hat, wie die App in ihren Grundzügen gebaut ist. Also, grundsätzlich kann man mal davon ausgehen, wenn etwas verschlüsselt ist, kann es auch wieder entschlüsselt werden. Das ist einfach mal vorausgeschickt, weil das ist der Punkt davon. Es geht einfach vielleicht ein bisschen länger und es ist vielleicht ein bisschen komplizierter. Wichtig ist, wo die Daten sind und Threema speichert die zwischen auf dem Server. Also, wenn ich jetzt dir eine Message schicke, geht die auf den Server, liegt auf dem Server, bis du online gehst und dann wird sie wieder vom Server gelöscht und bei dir auf dem Phone angezeigt. Finde ich persönlich relativ nicht die sexieste Lösung, auch wenn und jetzt kommt ein Part rein, wo es relevant ist, wo die Server stehen. Threema macht Werbung, damit alle Server in der Schweiz stehen. Das ist sehr gut in diesem Zusammenhang, weil in der Schweiz ist es relativ schwierig für Law Enforcement oder irgendwelche Leute einfach so vorbeikommen können und sagen, du zeig mir mal, was auf deinen Server liegt. Das kann sich aber ändern. Es gibt keinerlei Anzeichen, dass sich das ändert, aber es muss nur einmal ein Migros explodieren und der Gesetzgeber ist da relativ schnell dran, um so Sachen zu kriminalisieren und vereinfachen, dass sie die Daten herkommen. bis dato aber gibt es absolut keinen Grund und ich meine, sorry, alle drei Messengers sind Enterprise-Level secure, würde ich sagen. Nur kurz, jetzt, wo du es gerade bei Threema und den Server hast, die haben ja bei deinem Artikel auf Digitech direkt kommentiert, also mir geht es mal davon aus, dass das Threema wirklich versördlich ist. Kann ich bestätigen, es ist Threema. Okay, okay, ernsthaft, habe ich dir gemeldet. Ja, ja, und über Umwege, über Umwege. Genau, weil sie haben da sechs Falschaussagen von dir, haben sie da kritisiert bei dir. Genau, wie siehst du das, sie haben ja unter anderem inzwischen gelesen, dass sie nicht mitlesen können, haben sie geschrieben. Das ist jetzt das, glaube ich, du gesagt hast, oder? Genau. Du basierst dich mehr darauf, dass theoretisch man alles entschlossen kann. Korrekt. Ich gehe nicht an, dass sie deine Messages lese, weil ich meine, erstens, das sind ziemlich sicher zu viele Messages und zweitens, was interessiert sie das? Drittens bin ich mir ziemlich sicher, dass sie im Rahmen ihrer Architektur die bestmögliche Security-Anbieter haben. Was auch dafür spricht, wenn sie sagen, die Server stehen in der Schweiz. Das ist ein bewusster Designentscheid, das ist nicht die übliche Swiss-Quality, die wir hier haben. Das ist nicht eine Frage der normalen Swiss-Nesse, die versucht, einfach als Markennamen präsentiert zu werden, sondern das war tatsächlich ein politisch-rechtlicher Entscheid, der im Rahmen dieser App-Architektur absolut vernünftig und eigentlich der einzig Richtige ist im Moment. Aber dann kann man sagen, das gilt ja dann für alle, das heisst, da muss man jetzt keine Angst, dass man die Nachricht mitlesen kann. Hättest du das irgendwie falsch suggeriert in deinem Text? Nein, die theoretische Möglichkeit ist definitiv da. Wenn du in der Information Security schaffst, beschäftigst du dich sehr oft mit diesen theoretischen Möglichkeiten. Du schaust, wo sind die Angriffsflächen und dann probierst, die bestmöglichkeit zu mitigieren im Rahmen von deinen Möglichkeiten. Wenn jetzt du vielmehr hingegangen und sagst, wir speichern die Messages bei uns auf dem Server, bis sie ausgeliefert werden. Das ist der Architekturentscheid. Und dann musst du den Architekturentscheid so absichern, dass er so sicher wie nur irgendwie möglich ist. Und das war bei dem, der Server steht in der Schweiz. Und der Entscheid war richtig. Aber die theoretische Möglichkeit, dass jemand vorbeikommt und die Messages anschaut und entschlüsselt, ist nachher vorgegeben. Ja gut, aber eben, der ist bei allen gegeben. Nein, bei Signal zum Beispiel ist der nicht gegeben. Wieso? Antika Server? Sie haben Server, die stehen in den USA, wo es einfach ist, zu mir die Server herzukommen. Und sie wissen das und sie entsprechend hergegangen und haben gesagt, okay, wenn du mir jetzt eine SMS auf Signal schicken, also eine Signal Message schicken, dann wird nicht die Message an den Server übermittelt, sondern hey, der Simon will dem Dominik eine Message schicken. Die Message aber bleibt bei mir. und erst wenn du online gehst... Aha, dann gibt es so einen Handshake. genau, genau. Also es gibt bei allen Apps nicht nur einen Handshake, sondern es ist eine recht komplexe Verhandlung, bis nur schon eine sichere Kommunikation standkommt. Also es sind unheimlich coole Architekturen, die ich angeschaut habe. Auch Telegram, auch wenn die per Default... Also Telegram ist ja der mit Abstand unsicherste von diesen drei, weil was nützt die beste Verschlüsselung auf der Welt, wenn sie nicht per Default aktiviert ist. Ja, das versteht das Absurde. Aber auch in diesen Security-Berichten aber ist Schneid Threema tatsächlich immer am besten, nicht immer, aber in denen, wo ich angeschaut habe, am besten ab, auch bezüglich Sicherheit. Also es ist so, sie sind tatsächlich ein sehr sicherer Messenger, weil sie den Rechtsraum Schweizer ihren Spielraum gewählt haben. Weil nicht nur sind wir ein sehr gut vernetztes Land, wir haben da sehr, sehr starke Gesetze, die uns schützen vor dem. Also zum Beispiel ein gutes Beispiel ist Proton-Mail. Proton-Mail ist von jemandem aus dem Ausland erfunden worden, der extra in die Schweiz kam, um Proton-Mail hier anzusiedeln. Aber ist das nicht einfach Marketing-Massnahmen, damit kannst du sagen, ja, wie Swiss Ford Knox, weißt du, die Daten, die in einem Bunker sind und so, dass du einfach sagen kannst, ja, ja, we're Swiss, Swiss Quality und so. Nein, das ist tatsächlich das Gesetz. Aber eben, das ist genau das Problem, wenn du sagst, es ist Swiss Made, das bedeutet heute irgendwie nichts mehr, weil es ist Swiss Made und es kostet einfach 5 Franken mehr. Im Falle von der Datensicherheit ist es tatsächlich etwas, was wirklich relevant ist. Aber, was sagst du nicht, aber zu den letzten, weißt du, man kommt ja nicht so lange, ob es bei Threma noch rumhacken kann, aber die letzten zwei Punkte hat mich dann interessiert, weil, du sagst, bei Threma sage ich keine vollständige Implementierung, ihre End-zu-End-Verschlüsselung und eben, dass es offenbar einen Report gibt, dass die eben Nachrichter rausrücken und das ist bei uns, was sie dagegen halten. Ja, also den Report kannst du nachschauen, das ist der Threma Transparency Report. Sie haben, es ist, Threma hat ja gesagt, ich behaupte, dass sie Messages rausrücken. Das stimmt nicht, sie rücken Daten raus. Wenn Threma selber Daten mit Messages gleich setzt, dann haben wir ein Problem. Aber ich glaube nicht, dass sie machen. Ich glaube viel mehr, dass sie in einer riesigen Aufregung den Artikel bestenfalls quer gelesen haben. Also weil Audi auch zum Teil andere Vorwürfe, so habe ich das nicht geschrieben und es ist, also ich bin sehr genau über das Wording darüber gegangen, weil ich meine, jeder, der mal im UK-Journalismus gearbeitet hat, weiss, dass wenn du den Nachbarn kritisieren gehst, dann steht er am nächsten Morgen auf der Matte. Aber was hast du gemeint, es sei keine vollständige Implementierung? Threma sagt, sie, also ein End-zu-End-Encryption ist zwischen dir und mir. Genau. Und bei Threma ist es zwischen mir, Threma und dir, weil die Messages auf dem Server zwischengelagert werden. Es kann gut sein, dass sie den Key nicht haben, aber sie haben die Message. Also ist es nicht, das ist wieder eine App-Design-Stelle, das ist unfassbar komplexe veranstalten. Es ist einfach eine Auslegungssache, aber in dem Fall du findest sie nicht vollständig in Implementierung und sie finden vermutlich schon. Natürlich, aber ich bin ziemlich sicher, dass im Rahmen ihrer Architektur Threma die absolut bestmögliche Lösung hat. Denn ich meine, nichts würde sich in der heutigen Welt am Markt so lange halten, wenn es irgendeine grössere Floor hat. Das passiert einfach schlicht nicht. Ja, vor allem in der Schweiz, vor allem aus der Schweiz operierst du als Schweizer Firma, weil du, das ist natürlich, es kostet viel in der Schweiz, eine Firma zu betreiben. Also ich meine, ich finde auch ehrlich gesagt, die 3 Std., die es verlangen, das ist laut mir als Wedding. Gut, eben. Ja, das ist halt einfach. Dann können wir eigentlich gerade zurückkommen zum Kern der Dinge, oder eben mit den Alternativen, oder sagen wir ja genau WhatsApp. Nein, darf ich noch schnell zu Freiman, habe ich noch ganz kurze, aber das ist also wirklich, das ist über sieben Ecken in einer Gruppe und so. Da hat ein Kollege geschrieben, von seinem Kollegen hätte es bei Freiman Daten von ihm offenbar auch einlesen können, aus welchen Gründen auch immer und wer auch immer, dass das natürlich kein Heiligen ist und wahrscheinlich jemand offiziell die Daten irgendwie mitgelesen hätte, aber ich traue dem jetzt auch nicht wirklich, ich kann mir nicht vorstellen, dass der Buller mitlesen könnte. Ich glaube, das ist wahrscheinlich, er hat wahrscheinlich einfach auch irgendeinen Guckus erzählt, oder? Das wird ja nicht möglich sein, oder? Also wenn wir jetzt mal, technologisch ist es mit der Architektur von Freiman ist es theoretisch und es ist wirklich ganz wichtig, es ist theoretisch, ich rede jetzt im Konjunktiv, es ist möglich. Und zwar, ein theoretisches Szenario, und es braucht, also wir müssen jetzt einfach eine Vorstellung, es braucht wahnsinnig viel Effort, um tatsächlich die Daten den Messen. Dann stimmt das nicht, dass der Schreibtisch Nein, 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 also ganz ehrlich, also erstens müsstest du die physische Kontrolle haben über das Phone vom Empfänger, um sicherzustellen, dass die Message nicht ankommt, oder das Phone direkt aufbrechen. Aber in dem Szenario ja, das glaube ich eben auch, dass es das ist. Sie müssen physisch Zugriff auf den Server haben, was im Schweizer Rechtsraum unfassbar schwierig ist zu machen. Also du kannst nicht einfach, du kannst nicht einfach wie der USA mit einem SWAT-Team reinmarschieren und einfach mal alles mitnehmen, was du gerade lustig findest. Das ist schlicht und ergreifend nicht so. Also bis du an den Server reinkommst, ist mir unheimlich viel passiert. Dann findest du die Message auf dem Server, wenn du in der Lage bist, um die Architektur zu entschlüsseln, findest du die Message zusätzlich nochmal in einem verschlüsselten Format. Und wenn du 256-Bit-Verschlüsselung hast, das dauert ewig zum Entschlüsseln. Also es muss ein sehr, also ganz ehrlich, wenn jemand würde an deine Filmmessage herkommen, muss er extrem motiviert sein, um das zu machen. Also da reicht die Leute ein bisschen mit Gras nicht. Ja, eben. Ich wollte das nicht so sagen, ich nehme an, es ist etwa nicht in dem Bereich. Und da bin ich mir aber sicher, dass das wahrscheinlich dann einfach, die hätten einfach das Handy von der einen Seite gehabt und einfach den Schritt mitlesen können. Aber sicher nicht auf der Serverseite. Und wenn ich auch noch davon ausgegehe, sobald die Polizei klopfen geht, auf die Barrikade, ich meine, sie haben ja, du siehst in ihrem Friends-Chance-Report, sie ist relativ gut, also sie kommen, sie kommen ja irgendwie, glaube ich, 2020, in der ersten Hälfte haben sie glaube ich 60 Reports rundherum bekommen und von denen haben sie irgendwie 56 oder 58 ganz gut geheissen. Und das bedeutet, dass es dreimal nicht einfach herangeht, wenn jemand kommt, du, kann ich mal schnell da irgendwelche Daten haben, dass sie hergehen und sagen, du, Kollege, ja, voll da hast du noch, willst du noch ein bisschen extra und einen Kaffee dazu? Sondern sie gehen da hin und sagen grundsätzlich nein, beweisst du es, warum du sie haben möchtest und diese Richtung erfüllt sind, was auch wieder die einzig, absolut richtige Handlungsweise ist. Genau, aber das kann man vermutlich sagen, das machen dann tendenziell ja auch alle von diesen vier sogar, das macht ja vermutlich bei WhatsApp, gehörst du jetzt auch nicht, dass sie einfach alles rausrücken, so ist sie dann nicht, aber es geht ja wirklich einfach darum, wenn man einfach nicht will, seine Daten so frei ausliefern, das ist einfach das Kernring, wenn man das nicht will, dann muss man halt weg von WhatsApp und dann langer einfach auch nicht nur wechseln, dann muss das wirklich einfach und ich meine, was bei WhatsApp so nervt, jetzt auch im Nachgang, also ich meine, ich finde es wunderbar, dass die Diskussion über Verschlüsselung und Datenweitergabe jetzt mal öffentlich geführt wird, das finde ich total super, aber was mich total nervt, ist sie gehen an und sagen, ja es gilt so halb, aber nicht da, aber dann gleich wieder nicht, faktisch, irgendwo gilt das, das heisst, dass es bei uns auch passieren kann. Ja, Also die theoretische Möglichkeit, dass unsere Daten weitergegeben werden, ist sehr, sehr nahe. Das ist so, aber wie gesagt, für mich langt einfach jetzt nur schon der Grund, dass eben, dass die Breitmasse vielleicht sogar eben zu wenig gut informiert ist, um eigentlich zu wissen, dass sich für sie gar nicht so viel geändert hat, möglicherweise, das ist mir egal, hauptsächlich sie sind jetzt motiviert zum Wechseln und eben, bei mir hat es jetzt tatsächlich den Anschein, also, dass es der primäre Messenger wird, das ist jetzt bei mir eh schon Fakt, weil einfach alle haben schon gewechselt und äh, ausser sie installieren sie dann alle irgendwie mal ein halbes Jahr, aber da habe ich nicht den Eindruck. Ähm, aber genau dann, aber eben zurück zum Ding, was ich auch noch möchte hinzufügen, ich habe ja die auch alle schon installiert gehabt oder ähm, genau, Freima ist für mich einfach das grosse Hürde weg den 3 Franken, nicht für mich, ich habe es gekauft, aber da weiss ich einfach, dass es 0815 Kollegen, das kann ich nicht, du kannst nicht sagen, hey, wolltest du dich auch noch schreiben, kaufst du, nein, dann zahlen sie es nicht, das ist einfach so, oder? Ja, aber da finde ich voll den 3 Franken, das ist ein Gipfeli, das ist ein Gipfeli, oder ein Kaffee, einfach mal rufen, 3 Franken so einen Schiss machen, und es ist so zum Katzen, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo wir davon ausgehen, ja, ich habe ja schon ein paar 100 Franken fürs Handy gezahlt, jetzt soll alles nicht auf gratis sein, und ich meine, sorry, wenn du nicht der Kunde bist, also wenn du nichts dafür zahlst, dann bist du nicht der Kunde, dann bist du das Produkt. Ah, das ist der Klassiker. Oder? Und das ist etwas, ich meine, das ist bei Facebook so, egal wie sehr sie mal über Privatsphäre reden und alles absichern und drum und dran, ich glaube ihnen, dass sie das möchten, aber wenn du in einer For-Profit-Organisation schaffst, früher oder später, hoffentlich später, kommt der Kommerzgedanke rein. Und da muss man natürlich auch in Betracht suchen. Also, es ist so, what the fuck, man, und dann muss es gratis sein, und so, ah nein, jetzt soll doch drei Fragen, fuck, zahl die 3 Franken, für mich hast du keinen schlechten Messenger. Nein, aber, das sehe ich einfach, das ist ganz klar ein Hindernisgrund und eben, dann ist, wie du sagst, du findest das Signal sogar eh besser, ich habe sie in dem Vergleich eben, sie sind so ein bisschen gleich auch, ich habe den Client von Threema früher nicht so gut gefunden, jetzt umständlich, mittlerweile sind es glaube ich easy. Dann habe ich eigentlich nur noch den einzigen Unterschied, den ich noch entdeckt habe, Signal hat keinen Web-Client, was ich, ist nicht so schlimm, aber du musst halt das Programm installieren, gibt es aber auch auf anderen Plattformen und das bei Threema hat ja einen Web-Client und das sind so die einzigen wesentlichen Unterschiede, weil alles andere mit irgendwie Telefonieren, Videochat und Stickers, alle Googles, das haben sie so alles mittlerweile. Ja, also da finde ich auch ehrlich gesagt, das Schöne dran, also ich finde es Schöne dran, alle Security ist einfacher denn je. Also Signal und Threema und Telegram machen es, also Telegram macht es schwieriger zugegebenermaßen, also mal sagen wir Signal und Threema, gehen sich ja allergrösste Mühe, um eine möglichst sichere Umgebung zu bieten, die möglichst benutzerfreundlich ist. Das finde ich super, weil ich meine, hast du mir da schon mal ein PGP-Interface angeguckt? Ja! Das Beste, das Beste, was 1993 hervorbracht hat. Ich meine, wir leben im Jahr 2021, hören wir auf. Willst du mir nicht erzählen, das ist genau das, was passiert, wenn unfassbar geschehen die Engineers User Experience designen müssen. Ja. Und darum finde ich es so geil, dass Security-Architektur mit User Experience reinfließen. Das finde ich super geil. Einfach schnell, eben PGP, das ist so eine Firma, also ich glaube, immer noch, Pretty Good Privacy, oder wie heisst es, und das ist so der Goldstandard für verschlüsselte Messages gewesen in den 90s. Und es ist einfach unglaublich kompliziert gewesen und hast müssen, dann hat jeder immer seine Keys noch müssen, irgendwie mitschicken und so, und das funktioniert. Ich habe da drei, vier Anläufe genommen, da mit irgendwelchen Leuten, das irgendwie mal wirklich zu machen und wir haben immer nach zweimal aufgegeben. Das hast du wirklich nur gebraucht, wenn du wirklich mit jemandem wirklich privat kommunizieren wolltest, dann hat man sich die Hürde genommen, aber für das Alltägliche kannst du vergessen. Oder du bist Idealist. Genau. Ja. Ich denke, wir haben genug lange über die Messengers gesprochen. Wie gesagt, ich finde, ja, wechseln. Ich glaube, es gibt keinen Grund, dass alle bleiben da, aber jetzt ist es sicher eine gute Zeitpunkt. Ja, für mich noch ein ganz kurz noch letzter Satz. Wieso musst du auf einen Messenger wechseln? Nein, nein, musst du nicht. Aber ich finde, du musst einfach auf WhatsApp. Genau, du musst einfach nicht auf WhatsApp sein. Alles andere, du kannst, ich meine, ganz ehrlich, Telegrams, bei mir existieren WhatsApp, Telegram, Threema und Signal auf dem gleichen Telefon, nebeneinander. Das ist okay. Ja, okay. Ich kann allein, das ist ja der asiatische Ding. Ich würde aber, und ich meine, ihr habt den Luxus, um so Dinge abschissen, ich muss das Dinge immer auch gehalten, für Berufswege. Ich meine, ich würde auch WeChat auf meinem Telefon, was natürlich ich möchte. Was ist das, was ist WeChat? Ich möchte, nicht ich kann. Das ist eigentlich, das ist glaube ich, grösser als Lime in Asien. Und Sina Weibo. Ah, WeChat ist der, ist der chinesisch, oder? Ja, darum sind die chinesischen Android-Distributionen nicht so ausgefeilt, wie unsere, weil WeChat übernimmt einfach alles. Also es ist alles in dieser einen App, finde ich im Prinzip, du hast zum Teil Smartphones aus Shenzhen, so den Hinterhof Shenzhen-Zeugs, die du kannst kaufen, wo du im Wesentlichen dazu da bist, das ist nur da, um WeChat zu starten. Also Android ist nur drauf, damit du WeChat darauf achten. Ja, das ist so der Klassiker, das ist für sie das Internet. Wieso für viele, also in weniger entwickelten Ländern ist das Internet Facebook, die wissen nicht richtig, dass es einen Browser gibt und irgendwie so noch sonst Zeug, weisst? Also komm, komm mal weiter, sonst wäre man nie fertig mit unseren Themen. Sorry. Das nächste, das nächste, das nächste, das nächste, das nächste, das nächste, genau, Dominik, kannst du einen Schluck trinken, dann kannst du du weitermachen. Und zwar, du hast heute, als wir das aufnehmen, das Galaxy S 21 offiziell enthüllt und du hast es ja schon gesehen. Ja, ich habe es schon gesehen, also es wird unheimlich spannend zum Anschauen. Also Textbacks in den genauen Details habe ich noch nicht. Der Pressevent, also so ein Pre-Briefing war, ist relativ oberflächlich geblieben. Das Coolste am Fonisch, warte, ich zeige jetzt einfach mal schnell an meinem Telefon, für die, die zuschauen, du hast da oben den Kamerabuckel, oder, wie du den Kamerabuckel auf dem Telefon hast und beim Samsung S 21, das heisst tatsächlich S 21, ist der Kamerabuckel im Rahmen integriert. Also der Rahmen vom Phone ist nicht einfach nur ein Rahmen und dann hast du Backplate hinten dran, sondern er fliesst da rundherum. Und es sieht unheimlich cool aus am Anfang. Also es hat aber noch einen Buckel. Ja, natürlich. Also zum Ehrlach gesagt, um den Kamerabuckel, den die hier drin haben, verbauen, brauchst du einen Buckel. Das ist physisch nicht möglich, bis jetzt, um das zu können. Warum ist er dann im Rahmen auch noch drin? Also ich schicke nicht, Der Designentscheid. Es ist wirklich rein, weil es cool aussieht. Sie haben wahrscheinlich einfach gefunden, sie wollen nicht mehr den Kamerabuckel hinten drauf pappen irgendwie, sondern irgendwie das Design integrieren und jetzt fliesst es da so ein bisschen um die Ecke rum. Ah! Weil ich in letzter Zeit so, seit dem iPhone 12 habe ich so eine Phase, wo ich darauf achte, wie sich die Telefone anfühlen, wenn du es hebst. Das ist eben etwas, wo die Leute nie darüber reden. Und ich finde das ein wahnsinnig wichtiges Thema. Aber das kann auch sein, dass ich ein verdammter Nerd bin. Nein, ich glaube, jeder muss das Telefon halten. Wenn du als Nerd hast komische Apps drauf, die irgendwie noch du brauchst, aber jeder Mensch, der ein Smartphone hat, hält das. Und darum ist es eigentlich mega wichtig, dass es geil ist zu halten. Oder subjektiv. Genau. Und darum würde ich unbedingt so ein 21 Handy bekommen, einfach zu wissen, wie sich das anfühlt, wenn du diesen komischen Buckel hibst. Also es sieht fantastisch gut aus. Es hat... Ja, es sind Uraken, die man kann. Ja, es ist ein Podcast oder auch im Nest zu sagen. Ja, danke. Ich will es mal in die Hand nehmen. Entschuldigung in der nächsten Folge. Ja, das ist... Ich komme im nächsten Mal einfach nur zum Entschuldigen, nachher gehe ich wieder. Sorry. Nein, fantastisch, spannende Veranstaltung. Kameralistungen, sie heben weiterhin ein 100-fach Zoom fest, was jetzt tatsächlich verbessert wird. Die Kamerasoftware sieht extrem spannend aus. Also es hat neue Features, die die ganze Best-Shot-Sache. Also Best-Shot macht im Wesentlichen... Und ich weiss nicht ganz genau, wie sie es macht. Ich glaube, es hat einfach alle Bilddaten im Zwischenspeichel. Sobald du die Kamera aktivierst, quasi nimm es mal auf und wenn du den Knopf drückst, du hast einfach in der Sekunde vor und in der Sekunde nachher schaust, weil es der beste Moment ist, dass es zum Beispiel ein Blinzler raus editiert. iPhone-mässig. Macht mein Pix-Lash-Along eigentlich? Ja, aber ich sage nicht, dass es andere nicht macht. Ich sage nur, dass es mit Samsung spannend aussieht. Aber... Sorry, ist das das gleiche Feature. Samsung hat doch jetzt schon so etwas, wie heisst das, irgendwie Sticker? Best-Shot oder so irgendetwas heisst es. Also sie haben das ja eigentlich jetzt schon, ich habe es gerade lustigerweise gestern gesehen, an einem S20, wo du machst es, du sagst, ich will jetzt irgendwie wie eben das Best-Sticker, was weiß ich machen. Dann nimmt er mal auf, solange du auf den rote Knopf drückst und wenn du fertig bist, gibt er dir irgendwie ein Bild in schwarz-weiss raus, eins, wo die Farben schön sind, eins ist ein GIF von etwas, eins ist ein bisschen... Also weisst du, du machst plötzlich von der gleichen Szene, macht er irgendwie drei Bilder, eins Video, eins GIF und dann hast du alles abgedeckt, was du vielleicht brauchst aus dem Moment. Ja, das Feature gibt es nach wie vor auch noch. Ah, das ist aber nicht das Gleiche? Nein, das ist nicht das Gleiche. Der Best-Shot ist im Prinzip, wenn du ein ganz normales Foto machst, dass wenn du auf den Klick drückst, also wenn ich jetzt ein Foto von dir machen möchte und ich verwitze dich blöderweise gerade beim Blinzeln, dann ist das Foto unbrauchbar. Um diesen Moment zu verhindern, gehen sie hin und quasi machen wie ein Video, wo es dann einfach den besten Screenshot zuseinimmt, also ein vereinfachtes Ausdruck geht. Das ist natürlich wesentlich viel komplexer. Was ich auch oft gesehen habe, ist genau das, wenn du ein Serienfoto machst, wenn du auf dem Knopf lang drückst, damit er irgendwie 20 Fotos innerhalb von Sekunden macht oder so und dann sagt er dir auch an, welches ist der beste Shot, sag ich mal. Genau, da haben sie scheinbar verbessert. Ich finde genau so genau so Zeug finde ich extrem spannend, weil es zeigt, also ich meine, klar, wir können eigentlich schon bald nicht mehr von Fotografien reden, sondern mehr von Schnappschuss, aber es zeigt, was eine Technologie kann leisten und das ist das, was mich mega interessiert. Wenn du aber zum ersten Mal siehst, was ist so der wesentlichste Abgesehen vom Kameraband vorn, weißt du, so Form und so, randlos, ist alles schon wie Kamera auf der Vorderseite, ist die immer noch unter dem Display? Sie haben den Hole Punch, also in der Loch drin. Ah, okay. Und zwar glaube ich, ich warte zum Beispiel oben links, oben links. Okay, also der Notch ist definitiv nicht verankert. Scheinbar wieder ein 120 Hertz Display, was ich ganz ehrlich, ich verstand nicht, wieso Leute noch Sachen machen, die unter 120 liegen. Akku? Ja, komm, das ist so ein Argument, das Huawei bringt. Ich meine, Huawei hat jetzt ein Mate 40 Pro mit einem 90 Hertz Display angebracht, weil 120 Hertz zu viel Akku ist. Okay, dann kannst du aber das 90 Hertz Display schenken, weil das merkt nicht in der Benutzung. 120 Hertz merkt deutlich, 90 Hertz überhaupt nicht. Und ich glaube wirklich, der Akku ist gross genug und die Chipsetsverarbeitung ist klein genug, um das mehr oder weniger auffangen zu können. es ist wie so, hört doch auf. Und sonst, was hat es noch am Fernsehneues oder eben nicht? Anschlussmässig? Wie sieht es anschlussmässig aus? Weiss man das schon? USB-C. Aber keine, Sie haben doch noch wieder den Dreieinhalb zurückgebracht, oder nicht? Weiss ich auch nicht, haben es nichts gesagt. Aber Sie haben gleichzeitig mich interessiert den gar nicht. Sie haben gleichzeitig noch einen neuen Satz Kopfhörer lanciert, wo jetzt ein neues Design und adaptives Noise Cancelling oder so etwas in die Richtung, wo irgendwie ich bin mir nicht ganz sicher, ob es eine manuelle Funktion ist oder etwas automatisch ist, wo man merkt, wenn jemand mit dir reden will und dann nachher das Noise Cancelling ausschaltet. Oder irgendwie so etwas. Ich komme nicht ganz. USB ist recht schnell gegangen und recht verwirrend gewesen, aber irgendetwas mit adaptiven Noise Cancelling, wo du ein- und ausschalten kannst, ist da. Aber insgesamt in dem Fall einfach jetzt nicht so spektakulär. Sie haben wieder ein neues gebracht. Ja, es sieht einfach recht fancy aus. Es kann natürlich sein, also ich werde es sicher testen, es kann gut sein, dass es in der Benutzung dann überzeugender ist als nicht. Also ich meine, ich habe ja auch schon einen Moment gehabt, wo ich am Schluss es hat jetzt nicht so geil getönt, als es angekündigt worden ist. Und dann ist es wirklich super geil geworden. Ich glaube, das P30 Pro ist dort so ein, ich war in Paris, das P30 Pro war, ja. Das P30 Pro war, wo ich gesagt habe, wir haben alles schon mal gehört, das mag gut stimmen. Es war einfach besser umgesetzt. Heute läuft halt schon extrem vieles über die Software. Ja. Okay, das ist das S21. Weiss man schon, wann es kommt? Man weiss es, ich jetzt gerade in dem Moment nicht, aber demnächst. Und kostet wieder das Vermögen, oder? Zimmer sicher, ja. Das ist klar. Also dann, das ist ja eigentlich Ich kann doch vielleicht sogar fliegen im Fallen. Haben Sie es übrigens, ah, genau, das ist ja eigentlich auch als Teil von der CES gewesen und das ist ja die Tech-Mass eigentlich in Las Vegas, oder? Ja. Und du hast ja dort einen Teil genommen, virtuellen. Sagen wir mal, wie das war, hast du einen virtuellen Besuch an der CES 2022? 20, 21? Ich glaube, der CES wie sich selber nicht versteht im Moment. Also, wie vielleicht die Leute gemerkt haben, es ist relativ ruhig um die CES, den ganzen Rummel. Und ich behaupte nach wie vor, dass die CES die beste Tech-Mass auf der ganzen Welt ist. Und zwar ist es nicht so, dass die CES interessant ist, weil so viele neue Sachen, die du kaufen kannst, auf dem Markt sind, sondern weil du fünf Jahre in Zukunft schauen kannst. Und das passiert halt bei diesen kleinen Ständen, die nicht grosses Budget haben, die irgendwelche Voice-Synthesizer oder irgendetwas anbieten. Und das ist wirklich einfach, wenn du da reingehst, hast du einen halb zerfleischten Laptop und ein Handy, wo 20 Kabel rauskommen, das kann nichts ausser die Funktion und nach 10 Minuten überhitzt das. Aber du siehst das Potenzial. In dem Sinne ist die CES im Wesentlichen dazu da, zum Trends erkennen und es ist nicht die fröhliche Produktschau, sondern es ist so, wo geht die Welt in fünf Jahren hin, oder? Mhm. Und das ist jetzt wie dieses Jahr nicht so. Du hast dieses Jahr ein paar spannende Keynote-Talks und dann hast du so ein bisschen, ja LG stellt mir wieder etwas vor und dann Samsung zeigt mir ein bisschen etwas. Nein, Samsung zeigt immer wieder das CES oder so, aber ja. Wie ist denn das Ganze organisiert? Also weißt, klar, wenn du dort in Las Vegas bist, hat es wahrscheinlich 100'000 Hallen und dann kommst du irgendwie von der Großen in die Kleine oder die noch Kleiner und dort irgendwie ganz am hintersten Ecken hast du dann eben so einen Guru, der dann nachher irgendetwas vorstellt. Wie ist denn das jetzt online organisiert gewesen? Im Wesentlichen eine Serie von Webcasts. Also du hast ja mal es ausgesucht, du hast ja Plätze quasi kaufen bei CES Digital und dann hast du dort dein Zeug vom Beste gegeben. Und dort ist natürlich das Problem, so ein kleiner Entwicklerbuden hinter Shenzhen hat absolut keine Chance. Vielleicht können es sich ein paar Tausend leisten, um jemand mit einem Klapptisch an einen Mess zu schicken. Aber dann hat er ein Webcast und es klingt natürlich auch nicht so sexy, wie wenn LG sagt, wir machen den LG Future Expo Nuclear Powered Event oder so. Dann hast du Voice Synthesizing Shenzhen Limited Company. Aber das ist ja klar, das ist ja auch das Gleiche, wenn du da hingehst. Ich nehme auch an, dass LG in den grössten Hallen ist und den grössten Stand hat. Je weiter hinterher er umso obskurrer wird. Die meisten Leute gehen gar nicht in die kleinen Hallen. Aber weil du einfach ein bisschen Amok bist, läufst du in die kleinen Hallen hinter. Also erstens wenn du physisch tippst und physisch tippst findest, wir sind am Tag bis zu 24 Kilometer Fussmarsch. Eben, das meinen wir. Wenn wir am Morgen an der CES aufstehen, wir rüsten uns quasi aus wie für eine Wanderung. Welche Schuhe haben, ist extrem wichtig. Dass wir genug Wasser im Rucksack haben, ist extrem wichtig. Dass wir immer Proteinriegel oder Brötchen oder irgendetwas im Rucksack haben, extrem wichtig. Sonst überlebst du physisch nicht, wie wir das machen. Und was auch relevant ist bei CES ist die schire physische Dimension. Der LG-Stand von letztem Jahr, als wir waren, hatte ungefähr die Grösse von zwei Fussballfeldern. Wir reden da von dem Hinterstecken. Du hast ganze Hallen und auch wenn du in US-Verhältnisse in Hallen denkst, denkst du wie die Mehrzweckhalle da. Nein, 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 eine Halle in den USA hast du, wenn du gerade ausläufst, in normalem Tempo, etwa eine halbe Stunde. Auch wenn du nicht anhaltest. Das sind die Dimensionen, die physische Dimensionen. Du musst wirklich im Morgen, wir haben die Landkarten, wo, dann checken wir die News, was ist interessant, wo gehen wir hin. Und dann machen wir relativ gezielt. Die ersten zwei Tage laufen wir um, schauen, dass es cool aussieht und suchen wir was sonst passiert. Das war nicht und darum hast du den Austausch der Trend nicht gehabt. Darum hast du die fröhliche Produktschau und wenn es nichts zu zeigen gibt, weil der ganze Technologie Release Rhythmus anders ist, ist es nicht so ein Spektakel. Ja, aber in dem Sinn hat es eigentlich ich glaube, es wird sicher der Switch to Digital macht sicher Sinn, weil natürlich die Hersteller auch wahnsinnig viel Geld sparen. Wobei die Plätze kannst natürlich auch wieder teuer verheben, aber die Messebauer und so musst du gar nicht haben. Aber zum wirklich geilen Stuff entdecken ist das Digitale wahrscheinlich schon nicht. Es ist zu viel Zeug, die es potenziell zum Entdecken gibt. Und das kannst du digital einfach nicht so rüberbringen, wie wenn du physisch die Halle hast mit diesen komischen Ständen, komische chinesische Produkte, die auch hunderte von Crap sind, aber das 101. Das ist wirklich geil. Genau. Das fehlt mir den Aspekt des Entdeckens. Und auch, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe unheimlich gerne Sachen, worüber ich spreche. Das ist der haptische Ding. Das schätze ich extrem. mein erstes Urteil über Samsung Galaxy S21 ist, sehen wir den. Bei Hardware-Messung ist das eh klar. Ich bin E3 zum Beispiel, die stirbt einfach langsam vor sich hin, ganz leisig und niemand interessiert es. Die Games ist digital, das funktioniert einfach sehr gut, dass man einfach alles digital geben kann. logisch, auch dort gibt es Stände zu entdecken, aber bei CES ist es schon so, dass man mit der ganzen Gärtschut das Lebt halt von mit Hand nehmen. Es ist auch so organisiert, du hast einfach die Schedule, wenn du dort bist auf der CS-Seite, wenn du dich einloggen kannst, du hast einfach die ganze Schedule, du siehst wie so, wer wann dran ist mit seiner Präsentation, eine Präsentation, die natürlich bis ins letzte Detail durchorganisiert und präsentierst und es ist alles schön nacheinander und ich glaube, das ist genau das, was ein bisschen da hingeht, was Dominik sagt, du hast so viel eigentlich zu entdecken und an der CS passiert ja fast alles gleichzeitig sozusagen, halt die wichtigsten Events von der Grossen sind vielleicht ein bisschen aufeinander abgestimmt, aber dort ist einfach alles aufeinander abgestimmt, es gibt nicht zwei Präsentationen, die gerade gleichzeitig passieren und dadurch hast einfach viel weniger zu zeigen und das Ganze entdecken Gefühle entfalten, es ist mehr wie ein Stundenplan, es heisst sogar ein Schedule, es ist ein Schultag Stundenplan, am 1 habe ich Samsung, am 2 habe ich LG, am 3 habe ich Panasonic und keine Freifache dazwischen oder nichts, also so fühlt sich das dann an und darum ist es einfach lieber das. Was mir ganz stark in die Hand ist, ich kann den Leuten keine Fragen stellen. Ja, eben. Also du kannst schon einen Live-Chat oder E-Mails schreiben und die ganze Presse kommt ab. Aber niemand reagiert darauf. Ich habe ein paar Mal gesehen Leute, die Fragen stellen, keine Sau reagiert auf das. Bei den grossen sind es meistens auf Marketing Fuzzis oder die nicht substanziell zu sagen. Aber ich weiss schon, was du meinst. Ja, es fehlt aber so. Ihr habt ja alle, wenn wir mal zu den Sachen kommen, die dann gezeigt wurden, wir haben es schon angedeutet. So verdammt spannend ist es nicht gewesen oder ist es nicht. Ich habe die Highlights und die Interessanten habe ich herausgeschrieben, wie ich finde. Unter anderem die LG haben sie schon lange angekündigt, ein rollbares Handy-Display und das haben sie auch gesagt, es war schon mal das Konzept und jetzt haben sie gesagt, doch, das gibt es. Sie haben einen kleinen Trailer gezeigt und das soll dieses Jahr kommen. Das sieht schon sehr abgefahren aus. Hibt es einen querweg, in der Hand und dann fährt sich das Display hoch, ohne dass du irgendwie Mechanismus gesehen hast. Wir reden von Smartphone jetzt auch, muss man sagen. Von Smartphones, Smartphone-Display genau. Das wäre schon noch abgefahren, aus technischer Sicht. TCL hat auch so etwas ganz ähnliches gezeigt, auch so eine Art Tablet, einmal Smartphone-mässig und einmal Tablet. Jetzt muss ich gerade schnell überlegen, das Tablet, das Tablet-Grösse hat, das ist glaube ich, das, was mit einer neuen OLED, mit einer Produktionsverfahren herstellen, das im Wesentlichen funktioniert wie einen Tinten-Strahldrucker, also dass knapp zwei Millimeter dicke OLED-Schicht gedrückt wird auf einem Glas, also das ganze Teil ist 18 Millimeter dick, inklusive Glasschicht, wo dann die OLEDs drauf gedrückt werden. Das war sicher spannend und das haben sie eben gezeigt, die zwei Grössen. Einmal 17-Zoll- Diagonalen, so ein bisschen Tablet-mässig und das andere ist auch im Smartphone-Bereich. Du kannst noch weiter erzählen, du hast eigentlich noch das, was sich fernsehmässig gezeigt wurde, wir haben ja letztes Mal kurz darüber gesprochen, du hast einen neuen Artikel geschrieben, willst du noch erzählen, was dort alles kam? Ja, genau, ich habe einen recht grossen Artikel geschrieben, über alle TV-Hersteller, die sie so vorgestellt haben und Tenor ist genau das, was wir da schon diskutiert haben, so richtig weltbewegend Neues ist nichts, alles was angekündigt worden ist, hätte man schon gehabt oder hat man schon davon gehört, das ist also nicht etwas extrem aufregendes, ich sage mal, vielleicht die zwei wichtigsten Neuerungen für das Jahr 2021 ist, dass sowohl LG als auch Samsung neue Mini-LED Fernseh werden bauen und verkaufen, Mini-LED funktioniert genau wie Full-Array Local Dimming, man kann sich vorstellen, wir reden jetzt von LCD-Fernsehen, LCD-Fernsehen brauchen Hintergrundlicht, damit du überhaupt etwas siehst, du hast Pixel, sag mal so, du hast Schicht Pixel, wo das Bild entsteht, aber zum Strahlen gebracht wird es von Hintergrund-LEDs, darum haben die Fernseh auch lange nicht mehr LED-Fernseh geheissen, das sind eigentlich LCD-Fernseh und je mehr von diesen LEDs du hinter dem Fernseh hast, so Schachbrettmuster verteilt, desto, ich sage mal, desto besser, weil dann kannst du auch lokal anfangen zu dimmen und lokal anfangen zu sagen, da wo jetzt ein bisschen, stellen wir uns den schwarzen Himmel vor, Nachthimmel, oben links ist der Mond, hinter dem Mond strahlen die LEDs, rechts oder nur noch nicht, dadurch kannst du bessere Kontraste werden und Mini-LED ist, also das ist Full-Array-Local-Dimming-Prinzip und Mini-LED heisst nichts anderes, als dass die LEDs jetzt einfach noch kleiner gebaut werden und es dadurch noch mehr LEDs gibt und noch mehr mögliche Zonen und das ist ein recht grosser Gump in Sachen Bildqualität von Full-Array zu Mini-LED und letztes Jahr ist TCL der einzige Hersteller, der das schon marktreif auf den Markt gebracht hat, eben jetzt neu sind LG und Samsung also zwei grossen dazukommen, TCL muss ich allerdings sagen, ist jetzt mittlerweile auch ein grosser, niemand kennt TCL oder die wenigsten, aber er ist eigentlich der zweitrittgrösste TV-Hersteller von der Welt, so klammheimlich, sagen wir mal LG und Samsung die zwei bekanntesten sind jetzt auch neu dazukommen, das ist so ein bisschen die grosse, alles andere, was gesagt wurde, ja, ach, Mike Reilly, der neuste Prozessor, der denkt jetzt irgendwie, der denkt wie ein Mensch, der Prozessor hat jetzt statt 1, 16 Euro, sehr viel klingt nach Marketing, ja klar, die Fernseher werden einfach jedes Jahr wieder ein bisschen besser, ein bisschen effizienter, aber so für mich, das, was ich jetzt rausnehmen aus der ganzen Präsentation ist, okay, LG und Samsung machen jetzt auch meine LEDs, der Rest ist as usual und so richtig auf den Puzzkau hat niemand. Aber das ist genau das, was ich meine, gell? Es ist wie so, es ist schon, es klingt alles recht lässig, aber es ist alles so, ja, sehen wir dann, ob es gut ist, du bist nicht dort und kannst es selber sehen. Nein. Oder musst du halt ausprobieren, oder so, das ist der, was mir fehlt. Das ist klar, gerade im Fernsehen, das kannst du dich natürlich nicht ansehen, obwohl eben, das hat der Luca schon viel gesagt, die sind dort, aber es ist schwer, zum Einordnen. Ja, das ist schon bei uns im Showroom doch so. Ja, das ist immer perfekt optimiertes Material, das für den Fernsehen jetzt gerade mega gut ist. Ja, dann stellst du dir nicht heute rein und nachher ist es natürlich genau nicht so, weil dann einfach die meisten Menschen stellen ja den Fernseher gar nie irgendwie um, aber von dem haben wir es ja auch schon gehabt, tun nicht irgendwelche Optimierungen machen und so. Und bei den heutigen Fernsehern klickt LG da den OLED, den du so fern bist, Luca, da letztens in Betrieb genommen, da bin ich zu ihm, weißt du, mit der Xbox haben wir geil gamen und so, bis wir das Zeug mal richtig zum Laufen gebracht haben und alle Optimierungen und dann stellst du dich um, dann ist aber Dolby Vision und nachher kannst du die Einstellung nicht mehr machen und so. Ja, picture motor kannst du nicht mehr umstellen. Das ist auch immer umschluss. Das ist mühsam. Ja gut, bei den Fernsehern kann ich noch kurz ergänzen, ich fand noch interessant das war zu absehbar, aber dass Stadia und die GeForce Now kommen als App für die LG Fernsehern. Sie haben dann auch ergänzt, dass es dann nicht nur für die 2021 Modelle, sondern auch für die letzten Modelle kommen, die 2020. Okay. und zuerst kommt die Stadia App und dann GeForce Now und dann bei Stadia kannst du wirklich den Controller direkt connecten. Das ist cool. Du hast aber gesagt, die Schweiz gehört, sorry, oh sorry, die Schweiz gehört nicht unter den genannten Länderstaaten in den Notizen. Ja, ich habe bei dieser Auflistung, ich habe sie aber auch nicht von einer offiziellen Pressemeldung, aber die eine, wo ich es jetzt gelesen habe, auf der einen Website haben sie einfach die Länder aufgelistet gehabt, wo die App angekündigt wurde und dort ist die Schweiz nicht unter und es sind etwa, ich weiß auch nicht, zwölf Länder gewesen oder irgendetwas, wieder auch unsere Nachbarn und wirklich mal schauen, ob sie einfach die, die sie nicht aufgelistet haben. Ja, wobei von Google kennen wir das ja doch irgendwie ein bisschen, dass ihre Produkte bei uns ein bisschen spät, zu uns ein bisschen später kommen. Ja, nur da wäre es jetzt aber mehr eigentlich LG, weil ich meine, Stadia gibt es ja jetzt in der Schweiz und wenn sie eine App machen für den Fernsehen, dann hätte ich jetzt gesagt, müsste LG ein bisschen blockieren, aber sehr komisch. Verstehe ich auch nicht, wieso du das nicht gerade für alle ausrollst. Ich frage mal bei LG nach, vielleicht geben sie mir ja noch eine Antwort. Nochmal schnell, wie funktioniert es denn besetzt, GeForce Now und Stadia? Du brauchst, für Stadia brauchst du Chromecast Ultra, um es auf einem Smart-TV zu benutzen oder mit dem Nvidia Shield, wenn du dir die Stadia-App sideloadest. Offiziell gibt es sie immer noch nicht auf Nvidia Shield oder auf dem Google TV gibt es noch nicht, die App. Aber du kannst sie dort einfach installieren. Auf Android-TVs kannst du sie eigentlich einfach installieren, per sideload und GeForce Now gibt es nur auf Nvidia Shield, wenn du es aus dem Fernsehen willst, so viel ich weiss. Was habe ich noch? Das eine finde ich mir, das kuriose Gründer, das geschrieben, der Fossil, das sind die, die die ganze Zeit neue Smartwatches, Android-Smartwatches herstellen, das sind etwa einer von den wenigen Herstellern überhaupt noch gibt, die Android-Smartwatches machen. Jetzt haben sie wieder diverse vorgestellt, mit LTE und so und immer nur mit dem alten Qualcomm-Chip, das verstehe ich einfach nicht. Die müssen irgendeinen Markt gefunden haben, von Leuten, die die Uhren kaufen, aber offenbar völlig scheissegal ist, dass die immer so träg und langsam sind. Ich kann dir sagen, wer die Leute sind im Fall. Ich kann dir sagen, die gibt es von denen mega, mega viele im Fall. und das sind Leute, die gehört haben, dass Smartwatches cool sind, aber keine Ahnung davon, also keine Ahnung vom Konzept. Sie wissen einfach, das sind Leser, du kannst keine SMS und WhatsApp und so, oder? Ja, das ist das. Cool. Aber dann gehen sie an und sagen, ich will mir nicht so einen Ziegel als Handling schnallen. Oder dann bist du recht schnell weg von so Sachen wie Garmin-Watches und so Zeugen und Sachen. Ja, klar. Und dann bist du halt schnell bei Fossil, weil Fossil achtet sehr stark auf das Design und darauf, dass es klein ist. Das ist genau das, weil wir sind so ein bisschen Deformation professionell und wenn es nicht höher, schneller, weiter und nicht alle halbe Jahre ein neuer Chip rauskommt, dann ist für uns alles alte Hafenkäse und so. Aber mein Dad oder meine Mom, die finden dann einfach lässig, dass sie ein bisschen Schrittzähler haben können und irgendwie das interessiert dich nicht. Genau. Ich glaube, das ist schon, das ist der Market. Offenbar. Ich habe ja immer noch die im Video gesehen, die sieht ja gar nicht spekakulär aus, das ist die TicWatch Pro 3 oder irgendwie das ist die Einzige, die der neue Qualcomm 4.1 drin hat. Ja, und das bist jetzt aber du, oder? Ja, nein, aber ich habe die nur zum Testen, ich habe die auch nicht gekauft, die sieht, für das sieht sie mir einfach zu hässlich aus. Das ist am ersten Fossil. In zwei Jahren bringt der Fossil vielleicht auch mal eine mehr. So wie die aus dem Ausbau allerer kommt das gleich. Die letzten Sachen, finde ich, kann man das ein bisschen zusammenfassen, das meiste, also einfach, weil Nvidia und AMD und Intel die haben einfach alle ihre neuen CPUs und GPUs für Laptops vorgestellt, also eben Nvidia mit der RTX 3060 und eben die ganze 30-Serie, wo dann diverse Laptops und so Hersteller gebracht haben. Ab dem 26. Januar sollte die kommen, aber ich glaube die Verfügbarkeit ist wieder verdammt im Meis. Was bei Nvidia noch spannend ist, sie haben jetzt dort auch ihre Alternativen zu dem AMD Smart Access Memory vorgestellt. Das ist ja das, wo du, wenn Nvidia Grafikkarte und Prozessor hast, dann kannst du dort ein bisschen das Feature. AMD, ja. Du hast jetzt ein Video gesagt, sorry. Ja, AMD, Grafikkarte und Prozessor hast, kannst du das Feature aktivieren und dann kann der Prozessor direkt auf den Grafikkartenspeicher zugreifen und dann geht es den Bottleneck nicht mehr. Und das hat jetzt Nvidia auch, bei ihnen heisst es Resizable Bar, also B-A-R und das unterstützt, da müssen allerdings das Mainboard, den Prozessor, Grafikkarten unterstützen und dann musst du noch den neuesten Treiber haben. Und das ist bei Intel Generation H&S und einzelne von der 10. Generation Innovationsupdate für die Grafikkarten soll erst aber ab März kommen, eben dann zusammen mit der 3060er, die dann irgendwie erst dann kommen. Egal, sie haben einfach gesagt, im März kommen die ersten Updates, also dort geht das offenbar noch eine Weile. Und nur mit Intel, oder? Nein, die schaffen scheinbar auch mit AMD zusammen, aber dort gibt es noch keine Ankündigung wenn, aber die schaffen tatsächlich mit AMD auch zusammen. Das habe ich interessant gefunden. AMD hat auch ihre RDNA 2 ihre mobile Grafikkarten für Grafikchips angekündigt, aber die kommen erst in der ersten Hälfte 2021 sollen aber auch Wir haben 2020 erfolgreich überlebt. Ja gut, das stimmt. Und den Prozessor haben sie auch neu vorgestellt mit Senn 3 Architektur Achtkern die auch wieder abgehen wie ein Zäpfchen und Intel hat noch gepflegt und Tiger Lake die Namen Tiger Lake Intel Tiger Lake Half Frost Lake Tiger Lake und so Aber der hat einfach noch den Single Core mit seinen 5 GHz noch Sonst ist AMD auch besser Ja und sonst was ich sehe auf der CIS viele Laptops und so aber nicht so viel Spannendes gesehen Hättet ihr noch etwas Ich habe noch so ein Elektroauto Panel geschaut aber das ist einfach aus eigen Interesse weil ich dort investiert und noch spannende Canoe heissen die und die sind im Gespräch ob die mit Apple zusammen arbeiten weil Apple offenbar auch in Elektroautomär einsteigen und die haben ein geiles Konzept weil die haben einfach eine Plattform sie nennen das Skateboard wo du nachher kannst das Auto modular drauf bauen irgendwie also die Hersteller können sagen wir wollen das und dann tun sie einfach der Unterteil ist überall gleich aber oben machst Lieferwagen Camper Sportauto whatever habe ich eine recht spannende Geschichte gefunden Canoe heissen Canoe Apple hat ja Hyundai hat ja gesagt dass sie mit denen zusammen arbeiten Ja und Canoe arbeitet eben mit Hyundai zusammen und darum ist natürlich ja und darum wird gewährleistet weil sie offenbar die Canoe produzieren mit Hyundai zusammen wo die natürlich keine Produktionsstätten haben noch nicht und dann und darum hat man das Gefühl dass vielleicht Apple dort mit dem Konzept einsteigt Spannend Dann habe ich noch ein paar Nintendo News Also das hat vor allem der Trailer sehr geil aus gesehen aber Super Mario 3D World und Bowser's Fury das ist ja schon das ist ein Wii U Game plus DLC Add-on was auch immer gibt es jetzt als als gemeinsames Paket aufgepäppelt für Switch sieht ziemlich geil aus also ich habe es auch damals schon gespielt ist aber natürlich wie viele Wii U Games so ein bisschen Untergang weil die Wii U nicht gut verkauft hat kannst auch das vierte Koop spielen und es hat ein paar neue Sachen drin zum Beispiel den Bowser Junior auch kann spielen dann dann ein bisschen schneller sieht natürlich schöner aus und was gibt es noch es gibt noch eine rot-blaue Special Edition von der Switch gerade dazu und das Ganze kommt schon am 12. Februar genau muss man auch sich den Trailer mal reinziehen sehen ich habe es gar nicht wiedererkannt ich habe auch gedacht ich habe es auch für Nintendo Wii U Super Mario 3D World mit Ö und ich habe gedacht ist das jetzt ein neues gibt es jetzt ein neues 3D oder ist das das gleiche ich habe es auch überhaupt nicht erkannt aber ja wie unterscheidet sich das von der Odyssey und dem ganzen anderen Zeug ich habe es nie gegamt ich habe es viel mehr Sidescrolling in Erinnerung und habe aber nachher noch mal ein Video geschaut vom alten Game und das ist es hat schon immer mit der Perspektive gespielt aber jetzt wenn Videos anschaust auf dem Alter dann sieht es eigentlich ziemlich normal wie ein 3D Mario aus es ist aber ich finde schon es ist nicht ein volles 3D Mario wie ein Galaxy oder so aber es hat schon wenn auch in den Trailer anschaust es hat schon offene Welten und so es hat einfach auch öfters so Pseudo 2D Level es ist 2D Level mein Lieblingsbegriff 2D es ist wirklich vor allem das Level Design wo es ausgemacht hat anders als Mario Galaxy oder Odyssey wo du wirklich in einer 3D Welt bewegt ist Super Mario 3D World weil es ist quasi ein Super Mario World wie damals beim Gameboy aber in 3D es spaut also ganz fest auf 2D Level Design aber innerhalb von dem bewegst dich dann natürlich 3D und die Videos ob das jetzt wirklich repräsentative Videos sind die neuen oder du hast gewählt damit die offenen Perspektiven siehst dass du das Gefühl hast es ist völlig neu es geben die neuen Videos aus wie Mario Odyssey oder wie du dich frei bewegt ist auch irrer führend gewählt sind die Videos damit es neuer aussieht ich habe die alten angeschaut man muss sich so vorstellen es hat schon eine 3D Welt aber sie ist nicht so offen oder das heisst es hat eher mal Wände die abkapselt während die alten Odissear mehr Spieler umgehen aber es sieht wirklich geil aus wenn ich Zeit habe ich noch rein weil ich nie durchgespielt und das sieht cool aus 12. Februar kommt das und dort habe ich einfach noch einen Nachtrag ich bin über das gestolperte Game Charts also ich sehe die und das soviel ich weiss Mist das nur Verkaufs Charts von physischen Games also keine digitalen und das hat natürlich einen massgeblichen Einfluss gerade jetzt in der Zeit aber trotzdem hey dort siehst du einfach Schweiz ist ja ein hartes Nintendo Land also dort sind irgendwie von Top 10 sieben oder so sind Nintendo Games und ich habe noch ein paar Wochen zurückgeschaut von letztem Jahr weil jetzt in dieser Woche ist Mario Kart 8 auf Platz 1 und da habe ich zurückgeschaut fast immer in den letzten paar Wochen zwischendurch schafft es dann mal irgendwie ein Call of Duty mal eine Woche oder vielleicht mal ein FIFA aber Mario Kart hat sich unglaublich gut verkauft und all die anderen Breath of the Wild und all die Nintendo Games ganz krass aber was ist das für Charts ist das ein internationaler Chart oder ist das eine für Schweizer verkauft oder so sie hat auch ich meinte sie hat auch andere gut jetzt ist die Adresse eine Schweizer Seite gamecharts.ch Aha ganz ehrlich muss ich sagen mega viele Leute haben mir gesagt ich habe mir einen Switch gekauft über die Covid Zeit für den Lockdown auch jetzt wieder mega viele gesagt jetzt holen wir einen Switch oder ich habe mir einen geholt und jede einzelne hat das Mario Kart gekauft weil es einfach und das ist halt dann schon substanziell wenn die verkaufen ja offenbar also da ist Mario Kart 8 Platz 1 dann kommt FIFA 21 jetzt bin ich ja wieder letzte Woche jetzt kommen wir auf die aktuell Mario Kart Ring Fit FIFA Animal Crossing Super Mario 3D Mario Party Mario Bros Minecraft Alpha Switch Worldwide Games die 51 totales Scheissgame Alpha Switch und dann Breath of the Wild das heißt von da sind es außer 1 Game für die PS4 das ist alles ich habe das mir erklärt als einer wo als nicht Gamer durchgeht krass man und zwar ist das so wenn ich mir jetzt eine Switch kaufen ich würde auch Mario Games nehmen weil die mag ich mich erinnern als ich klein war Ghost of Tsushima sieht super geil aus und ist wahrscheinlich auch ein richtig geiles Game und du hast den nicht gesehen oder alles aber ich kenne es es sagt mir nichts also ich weiss wie nicht was ich erwarte und irgendwie eine recht eingefleischte Gamepress erzählt mir dass es grossartig steht wo sie jetzt gibt es und so aber Hallo 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 Ich glaube der Simon gehört uns nicht mehr Ich habe noch irgendwie nur gehört vorne Das ist wie so die ganzen Mario Games und so sind so ein bisschen Einstiegsdrogen und wenn du einstiegst in eine neue Konsul dann brauchst du halt eine Einstiegsdrogen Jaja aber Nein gut es geht ja nicht unbedingt darum dass sich Nintendo Games am besten verkauft auf Switch ist mir auch klar weil das sind auch die Besten aber grundsätzlich das hat ja wieder gezeigt wie krass sich die Switch verkauft aber das hat klar man weiss das eigentlich auch Und du sagst ja auch es sind ja glaube ich die physisch verkauften Games und jetzt weiss ich nicht eine Switch wie viele Online-Speicherer hat oder wer ist der typische Switch-Käufer Besitzer ist das einer wo sich Games eher digitale Versionen abgeladen oder kauft man sich von einer Switch eher die physische Version wenn du vielleicht einen Playstation oder einen Xbox hast oder einen PC dann ist du heutzutage mit all diesen Möglichkeiten zum Games digital purchase und dann installierst vielleicht auch eher so ich kaufe mir jetzt nicht mehr ein physisches Playstation 4 Game also ja das hat sich an Ich wollte noch mal sagen diese Liste würde garantiert anders aussehen wenn wir alle Verkäufer zusammennehmen dann hätte ich es immer noch sehr sehr viel beüberzeugt dann wäre immer noch ein Drittel mindestens Nintendo oder mehr aber dann wäre garantiert PC Games und Konsolengames drin weil bei Playstation sind es ja glaube ich 50% wo sich das digital kauft extrem viel gekauft wie viel kaufst du dir digital ist das eine Plattform wo man sich auch Games digital kauft oder sind vielleicht auch eher so das jüngere Publikum oder Familien die jetzt nicht so techisch sind wie mir die sich es einfach noch gewöhnt sind aber eine Store bedienen kann jeder auf dem Handy und das beim dT auch einfach wenn du Switch kaufst und dann hast Mario gekauft du kaufst drei Einstiegs Drogen oder also es bietet sich an quasi ja also ich glaube bei so Sachen darfst du nicht unterschätzen wo Sachen physisch rumstehen also hey absolut absolut dann noch die letzten News wo wir ein paar Sachen zusammengefasst haben und zwar geht es um Star Wars dort ist nämlich es hangt eigentlich alles mit dem gleichen zusammen dort hast glaube ich EA hat ja immer noch es ist ein exklusiver Deal dass sie EA exklusiv Star Wars Games entwickeln und verkaufen und der ist 2013 gemacht worden und gilt laut offizieller News 10 Jahre sprich bis 2023 2023 das heisst dann ist schon Disney gewesen Disney hat EA das zugeschanzt genau aber dann ist aber der Deal ist ja jetzt ganz offenbar abgelaufen weil oder zumindest haben es dann neu verhandelt weil jetzt hat es mit Ubisoft sind nicht nein die ersten waren die ersten waren Bethesda wo ah doch das ist nicht das gleiche dann geht das mit dem Buch sagt es ist alles ein bisschen verknüpft es geht alles um Disney so muss man es irgendwie sagen weil denen gehört halt leider alles genau aber jetzt bleiben wir kurz bei Star Wars und zwar hat Ubisoft ein Star Wars MMO angekündigt und zwar entwickeln wird Massive Entertainment oder die die Division entwickelt haben und man weiss sonst eigentlich noch nichts dazu aber bin ich wieder gespannt ich fand das das BioWare aber tatsächlich gemacht hat nein respektive sie haben den Publisher BioWare die Old Republic sehr geil gefunden sehr geil gefunden darum easy bin ich zu haben für Star Wars MMO und ich finde auch der Entwicklung sehr geil man weiss nicht aber das wird nicht World of Warcraft MMO das wird einfach so ein lauter Shooter oder keine Ahnung aber bis jetzt hat niemand Grosses hat mir je ein WM gemacht wäre ich jetzt auch nicht davon ausgegangen das das andere war Star Wars Galaxies ich glaube es existiert sogar oder ist es mal eingestampft die haben aufgehört aber das ist extrem lag es hat aufgehört das war von Sony oder das war abgefahren war das war von Sony das könnte sogar sein ich habe ich habe das Sand Romani verwechselt weil es hängt alles mit Disney zusammen und Lucasfilm weil die haben Star Wars die dort hat es mal die Firma gebt es LucasArts die die Adventures früher gemacht dann gibt es Lucasfilm Games hat es auch früher gegeben und dann wo Disney also Lucasfilm gibt es dann gibt es Lucasfilm Games und dann hat es LucasArts gegeben und das haben das eingestampft LucasArts LucasArts sind es eingestampft Lucasfilm Games Nein aber das ist einfach der Name dass es LucasArts wurde da habe ich auch vorhin gerade nachgeschaut von 1982 bis 1990 war es Lucasfilm Games ab 1990 war es LucasArts die haben auch X-Wing vs. TIE Fighter Jedi Knight all das ganze was gemacht absolut mein Lieblingsentwickler Studio damals ist übrigens die erste Webseite wo ich im Internet aufgerufen habe ist die Webseite von LucasArts gewesen wo ich bei meinem Götti wo das Internet gab mit 33 Kaman 8 Kaman oder was auch immer sind wir auf die Webseite und nachher ist die so grafisch komplex gewesen dass es gar nicht richtig geladen hat und dann hat er gesagt es kostet zu viel da müssen weg da müssen weg das weiss ich noch das ist meine Story das ist meine ja nein bist du wahnsinnig schau mal all die Bilder an und das ist meine Story zu LucasArts darum ist mir das sehr wichtig und darum war ich auch sehr witzig als Disney nachher George Lucas das abkauft hat und einfach mal eingestampft hat und da den deal mit EA gemacht muss aber dazu sagen dort hat schon so gut wie niemand mehr von der ursprünglichen Dinge hat noch gearbeitet Tim Schäfer war schon längst weg Tim Schäfer und darum jetzt also die einen geschrieben es ist zurück das stimmt natürlich überhaupt nicht also es ist einfach sozusagen der Brand ist zurück aber es gibt kein Entwicklerstudio aber die rechte Verwalter man hat es ja vor natürlich auch schon gegen irgendjemand hat das natürlich verwaltet aber eben glaube auch nicht so wirklich aktiv darum ist das schwierig für Leute die Fortsetzung machen von irgendeinem Game wo alles Disney gehört hat es schwierig gehabt potenziell wird das einfacher und zwei Sachen ja mal eins haben sie jetzt mal offiziell zurückgebracht das ist das Indiana Jones Game oder kommt und das wird eben entwickelt von Bethesda respektive von Machine Games die Wolfenstein Games gemacht hat auf Nazis dass es viel ballert wird auf Nazis genau das können sie ja und ja finde ich cool ich meine ich habe das letzte das man kann mich noch erinnern das letzte Indiana Jones Game ist das nicht ein Film den den Schia LaBeouf und den Kühlschrank ich kann einfach nicht das ist einfach ein seelenloses es gibt aber einfach es war das was die ersten Gamers die sind Indiana Jones 3 und dann hat es 4 The Fate of Atlantis genau das sind die Point and Click und das ist meine Kinderherzerinnerung weißt ich weiss noch genau wo ich nicht weiter konnte und so weil ich aus Versehen nicht gesehen habe wo das ich klicken und so und das wo ich bezweifelt bin tagelang und die hast du noch nicht gesehen und wenn jetzt die kommen wo Wolfenstein machen und das Indiana Jones Game machen dann bin ich einfach schon wieder raus weil ich will das fucking Point and Click Indiana Jones mit dem Humor von damals und sonst nichts jawohl ich verstanden ich wird Monkey Island ja genau das gibt es halt nur ja dort sind die Rechte weil ich weiss sind die wieder bei Double Fine Double Fine wäre eine Firma vom Chef oder das ursprüngliche aber Tim Schäfer war ja nicht der Hauptchef sondern das ist sein anderer Kollege aber ich weiss ehrlich gesagt echt nicht wie es mit den Rechten aussieht aber ich fände es mega geil wenn es wieder mal eins gibt aber für Disney nicht so spannend aber egal Hauptsache die spannendste News ist wirklich dass die verdammte Star Wars Lizenz jetzt offenbar wieder rum ist und nicht einfach nur EA gehört die die meiste mit microtransactions die Battlefront die sind ja ja aber auch rein von der Qualität die Battlefront die waren easy die Jedi Order Jedi Fallen Jedi Fallen Order ja grossartig grossartig und Rogue Squadron das ist easy das war cool aber das ist dann etwas ich frage mich immer noch es sind im Moment einfach alle am weisen was mit dem EA Deal läuft weil niemand hat gesagt die EA Deal sei abgelaufen das einzige was man weiss er läuft theoretisch bis 2023 wir haben aber jetzt die Ubisoft Meldung von dem Ubisoft MMO wir haben gut das andere Indiana Jones hat in dem Sinn nichts mit Star Wars zu tun aber es sind die Leute schon gefragt was läuft mit dem EA Deal heisst er definitiv abgelaufen oder nicht letzten Sommer hat EA Vorstandschef noch gesagt nein die Beziehungen sind absolut robust und wir wollen das sogar noch ausbauen und so es ist völlig im Moment ein weise was mit den Dingen ist das neue Indiana Jones Game kommt ich schlaue noch schnell zurück zu der Filmwelt weil ich habe heute morgens gerade noch frische Gerüchte gelesen zum Thema Indiana Jones man weiss ja dass ein Kinofilm in Planung ist für Juli 2022 dann sollen wir ins Kino kommen nach Rollen die Regie wird von James Mangold geführt also für mich aktuell einer meiner absoluten Lieblingsregisseure er hat Ford vs. Ferrari zum Beispiel gemacht oder auch Logan zwei meiner absoluten Lieblingsfilme der letzten Jahr und Gerüchte die heute neu rausgekommen sind ist dass Disney tatsächlich schon voll in Indiana Jones hineinschiesst das heisst sie planen mehrere Spin-off Filme einen Disney Plus und einen Zeichertrick Film und ich sage mal Detail tönt nach Disney nach etwas was Disney würde machen ich würde aber jetzt noch nicht die Gerüchte zu noch nicht zu viel Gewicht verleihen weil zu diesen Gerüchten gehört auch dass in Zukunft Harrison Ford soll durch einen Spin-off Film ersetzt werden durch Chris Pratt ersetzt werden und das Gerücht gibt es schon seit vier Jahren und ich habe das Gefühl das klingt mehr nach Wish Fulfillment als nach etwas was wirklich könnte sein weil wenn etwas so lange gesagt wird und so lange von allen seiten dementiert wird ich glaube jetzt drei vier jahre später das finde ich wie wenn jemand fand das wäre geil ich mache ich konstruiere jetzt ein Gerücht um das rum Frank Marshall der historische Indiana Jones Produzent und einer von den Mitproduzenten hat vor einem Monat gesagt es gibt nur einen Indiana Jones und das ist Harrison Ford also mal schauen ich sage aber wenn ich höre Disney macht ganz viel Spin-off und Serien und Zeichertrick Filme zu Indiana Jones das klingt unrealistisch das ist absolut realistisch und Harrison Ford kann das auch noch ewig machen ich glaube nicht total stirbt einfach nie ich habe nur einen nachgetragen EA hat wirklich gesagt sie arbeiten immer noch an Star Wars Projekt das können sie aber der exklusive Teil ist einfach weg aber sie haben sie irgendwie die Lizenz haben sie trotzdem noch sie können auch noch Games machen und machen es auch logisch Jedi Fallen Order kommt ja in Fortsetzung ich glaube das haben sie schon angekündigt meinte Alright dann lasse ich meine Notizen schauen dann kommen wir doch noch in unser Big Screen Segment WandaVision ist eigentlich nur eine kleine Ankündigung WandaVision geht am 15. Januar los auf Disney Plus also ab morgen und ich wollte eigentlich nur ankündigen dass ich auch da wieder Folge besprechen jeden Freitag wenn die Folge draussen ist werde ich irgendwann im Verlauf meinen Sänf dazugeben das habe ich schon bei The Mandalorian gemacht das ist bei euch sehr gut angekommen die Leute haben Freude gehabt fleissig mit diskutiert und ja ich lasse euch alle wieder in dabei zu diskutieren es macht immer Spass ich auch in den Kommentarspalten geniesslich mit euch austauschen und dann schauen wir mal wie das MandaVision wird laufen die erste Marvel Serie also ich sage mal die richtige Marvel Serie die jetzt kommt die anderen sind ja die auf Netflix sind ja wie so die Nebenfiguren die theoretisch in dem Marvel Cinematic Universe spielen aber eigentlich nie wirklich damit interagiert haben und da haben wir jetzt ja wirklich das erste Mal die Kino Figuren von der Kinolineband die jetzt in die Serie kommen ich bin mega gespannt auf WandaVision Trailer die spielt die spielt all den Filmen die spielt vor den Filmen WandaVision ist quasi die direkte Fortsetzung von Endgame und das Schöne ist an dem Trailer es ist absolut nicht wirklich du kannst im Moment absolut nicht wirklich sagen was für eine Typserie das will sein es sieht sehr mindfuck mässig also du siehst immer die Wanda und Vision die theoretisch ich hoffe ich Spoiler nicht Infinity War ist jetzt schon fast zwei Jahre her Vision ist eigentlich tot und in dieser Serie ist er aber irgendwie wieder am Leben aber sie leben irgendwie wie so ein bisschen à la Truman Show oder wie hat der andere geheißen der schwarz-weiss bin mit Tobey Maguire so wie in einer 50er-Jahre Sitcom-Serie Pleasant Will genau so ein bisschen das 50er-Jahre Ding und irgendwie es sieht zuerst ein bisschen nach Sitcom aus und natürlich ist es aber kein Sitcom alles ist irgendwie weird und ja Trailer lässt einem irgendwie nicht wenig Schlüsse zu ich habe so eine Vermutung und zwar hat es in den letzten paar Jahren eine Comicserie von Tom King wo genau The Vision hat einfach eine normale Familie gründet eine Frau und zwei Kinder und so ich glaube gerade weil das einer der besten Comicbookruns der letzten Jahr war dass dort recht viel Inspiration daherkommt und ich glaube im Fall ich vermute in einem Trailer habe ich so einen VR-Plot gesehen dass das alles gar nicht die echte Welt ist dass sie im Prinzip ja das würde Sinn machen von der optik der Vision war in diesen Filmen scheiss langweilig ich habe die langweiligste Figur gefunden von all denen der ist einfach so neben dem Bogenschütz der ist auch kacke gewesen aber der Vision ist entstanden aus irgendeiner Guckus nicht der ist einfach plötzlich da gewesen so viele Guckus passiert in diesen Filmen aber der ist einfach mal nicht da gsi er ist der Ultron hat ihn erschaffen der Ultron wollte den perfekten Menschen erschaffen also eine Art Symbiont oder wie sagen wir dem ein künstlicher Mensch ein Symblesoid wo eben der Vision ist und zum Leben erweckt wurde ist der Vision durch den Mindstone der Gali Infinity Stone und dann kam aber der Tor und hat irgendwie noch drauf rum geblitzelt und dann ist ein bisschen shit passiert genau so genau ich wusste es war ein Guckus gewesen und genau erhofft hat sondern der perfekte Mensch er war voll der Menschenfreund genau und seitdem ist er da ganz ehrlich als jemand der noch nie einen von diesen Marvel Filmen gesehen ausserdem mit dem lebigen Baum und dem Fuchs ja habe ich jetzt schnell 10 Minuten einfach hätte ich auch chinesisch hören das wäre eine gute Rubrik jede Woche schaue ich einen Marvel Film und erzähle euch am Schluss was passiert ist wie fährt ihr das damit ich einfach ich immer bei dieser Ding dann können wir noch weiter machen mit Harry Potter habe ich nämlich Dr Strange habe ich mal geschaut da bin ich aber nach halb Stunde eingeschlafen und der mit dem mit den Krallenhänden der im Atombunker aufwacht da habe ich auch mal geschaut Logan ist das Logan wo ist das der im Atombunker aufwacht Wolverine das ist glaube ich Wolverine Teil 2 was heisst der Wolverine ich glaube das ist der Film der wirklich Wolverine auch von James Mangold aber der einen Vorlogen gemacht irgendwie ein komischer Roboter Ninja kam den weiss ich einfach nicht mehr Samurai das ist alles das ist ein Samurai ich kann auch noch schnell etwas für den Big Screen 2 Sekunden nur schnell es läuft jetzt gerade Sky es heisst Industry ist eine coole Serie über wir kommen wieder in Realität zurück Achtung über so junge Investmentbanker die so gerade nach dem Studium frisch an Presse dort quasi das erste Probenjahr haben bei einer Investmentbank in London und dann sich dort bewähren und es ist darum recht cool weil es von zwei ehemaligen Investmentbankern geschrieben worden ist Drehbuch das heisst es ist in Anführungs- und Schlusszeichen recht realistisch und die Jungen werden dort einfach durch die Maschine durchgespült inklusive Drogen viel Sex natürlich ist eine HBO Co-Produktion mit BBC Darum hat es natürlich einen nötigen HBO Softporn Drogen Sex Exzess und auch Fehler die es dort begonnen und siehst du mal wie das so läuft aus so einem Trading Floor und es ist wirklich sehr empfehlenswert da hat es Spass gemacht zum schauen und es ist glaube ich die zweite Staffel auch schon wieder in Auftrag gegeben weil es handelt natürlich mit einem schönen Cliffhanger wo du richtig Freude hast aber wirklich sehr empfehlenswert Industry heisst es wenn ihr Bock auf etwas nicht mit irgendwelchen Händschen wo geile Steine drin sind und so Also erinnert Nein Suits Nein Suits habe ich wahnsinnig eklig gefunden Suits habe ich wahnsinnig eklig gefunden als Serie und das ist viel viel realer ich weiss es erinnert an Suits wenn du es so hörst aber es ist viel viel realer auch wie es aufgenommen ist vom Soundtrack her so sackstark Soundtrack wirklich also es ist wirklich viel mehr Drama Suits ist ja mehr so ein bisschen Comedy oder also das hat nichts mit dem zu tun aber das ist wirklich sehr gut gemacht den Soundtrack ich bin jetzt in der dritte Staffel Star Trek Discover im Schauen der Soundtrack ist wahnsinnig schlecht gelöst es hat die ganze Zeit voll gedudelt mit irgendwelchem Scheiss es ist nie einfach nur Ruhe ja das ist das funktioniert eben nur dann wenn es so gemacht ist wie bei Industry wo der Soundtrack mega subtil ist es hat so ein bisschen ein Vibe von dem ganzen Social Network wo ja den Ding gemacht hat Atticus Ross und da der von Nine Inch Nails und das ist ja das ist mein Lieblings Soundtrack von einem Film weil wenn ich sage das ist mein Lieblings Soundtrack dann hat Oscar gewonnen dafür sagen ah der mag mich gar nicht mehr erinnern aber er macht einfach immer so ein uneisiges Gefühl im Hintergrund und so das ist so wenn das den Effekt will ich erzielen finde ich einen Soundtrack ja wenn der Soundtrack wenn ich an einen Soundtrack erinnere ist weil er dich irgendwie nervt dann ist es komplett falsch und so bei den Ami-Filmen ist ja dann meistens so ein bisschen mit Pomp und so ein bisschen das ganze Zeug und so orchestral und so das hat man einfach schon nicht mal gehört und das ist eigentlich gar nicht mehr spannend und darum finde ich so ein Soundtrack wenn es raus steht finde ich es weil es dir nicht auffällt aber dir so ein uneasy oder ein happy Gefühl gibt und man kann sich nicht daran erinnern dann ist ja gut so Sky das ist ein Interview auf HBO respektive Sky läuft ok ok dann ich noch ein Game zum Abschluss ein Indie Game Airborne Kingdom und das ist so ich finde es ein recht chilliges Game es ist ein ein Aufbauspiel du bist ein du bist eben ein fliegendes Königreich also du hast ein es ist irgendwie arabisch angehucht du mit so Tiltshift Effekt du bist halt wirklich deine schwebende Plattform mit so Propellerantrieb fliegst du über eine Landschaft und du bist in so einer Welt wo du bist das Letzte glaube ich auch fliegende Königreich und versuchst dann die anderen die alle am Boden leben wieder zu vereinigen und für die kannst du so Quests machen du fliegst dann eigentlich primär über die Karte kannst Ressourcen sammeln dann fliegen deine Flüge runter und gehen Holz holen oder Kohlen zum deinen Reaktor also deine Propellerantrieb und du findest dann diverse Ressourcen kannst du verarbeiten für irgendwie Stoff und wie es halt immer ist in diesen Games deine Bevölkerung hat dann auch mehr Bedürfnisse irgendwann wenn es Licht und Tempel oder Moschee und alles was du baust drückt natürlich sorgt für mehr Belastung das heisst du brauchst mehr Auftrieb dann musst du wieder einen Propeller bauen aber die Leute leben nicht gerne neben irgendwelchen Kohlenkraftwerken oder neben den Propeller das heisst du musst immer platzieren und dann musst du schauen ob das nicht kippt deine Plattform dann musst du wirklich immer so richtig platzieren weil wenn es schräg liegt dann werden es unglücklich die Leute und das ist auch noch witzig und du kannst natürlich dann auch mit Skilltree entwickeln dass du die Häuser drei Stöckige bauen oder deine Warehäuser oder deine Warehäuser und das weniger Sprit braucht dass du schneller produzierst und so der typische Kreislauf halt wie man es im Civilization und wo auch immer kennt und das ist halt einfach witzig du kannst dir frei einfach das bauen auf deiner Plattform halt von innen nach raus logischerweise oder innen wie deine Basis ich bin auch schon mal abgestürzt das eine ist als ich über irgendwas Wasser gefahren bin ich wirklich nachher ist mir den verdammten die Kohlen ausdenken und dann bist du einfach abgestürzt und da genau nicht gespeichert und und sonst es ist wirklich ich finde es sonst so chillig es hat wenig äh wahrscheinlich nicht Civilization wo bekämpft wirst und so du bist wirklich einfach rumfliegen holst deine Upgrades bist eigentlich immer ein bisschen Ressourcen managst du musst einfach immer ein bisschen im Auge behalten dass du genug Essen Wasser und Kohle hast dann ist es einfach wie eine fröhliche Version von Frostpunk die wir da auch schon mal diskutiert haben fröhliche Version ja kann man so sagen also es ist wirklich du fliegst fast hast du manchmal solche Quests aber du bist einfach am rumfliegen und siehst eine schöne Welt und dann fliegst und dann kannst du wieder deine Leute anhören die kommen dann zum Teil nur wenn du alles erbütest dann sagen sie ich bin zwar curious aber ich komme nicht zu dir irgendwie ich brauche noch du musst ein bisschen bessere Strassenbeleuchtung haben wirklich chillig gibt es im Epic Store für glaube ich 22 Franken oder so ist jetzt nicht eins wo ich zumindest persönlich könnte mehr als keine Ahnung 20 Stunden spielen für mich ist es jetzt so ein 10 bis 20 Stunden Game muss man sich halt schauen ob es wert ist aber ich finde es wirklich schon recht gechillt dann hören wir doch da gleich auf ja der Playground ist dann nochmal den können wir mal an ich bin auch in zwei Minuten ist dann Digitec Playground 3 genau da kommt auch noch etwas zum Phantom das ist unsere Auserwählte die für uns am Grünpi vom Digitec Playground mitspielt wir haben auch gestern mit dem zusammen das Warzone zockt sehr lustig das Video könnt ihr auch schauen genau wir haben noch eine Home Story bei ihm zum Thema Hardware die sollte auch in den nächsten Tag kommen vielleicht kommt sie auch morgen schon mal schauen von mir kommt noch der Konsole PC Teil 2 im ersten Teil habe ich ja ein PC gebaut der so viel kostet wie eine Konsole jetzt habe ich versucht einen zu bauen der so die Leistung herkommt von einer Konsole das war nicht ganz einfach einerseits auch wir kommen nicht an die Hardware das heisst ich konnte nicht ein AMD Bild machen komplett ich habe es versucht so gut wie möglich ich kann es schon sagen preislich am Anfang dachte ich das ist gar nicht so viel teurer und ich dachte ach klar ich kann es nicht das ist unglaublich viel teurer unglaublich viel teurer ich habe mir eine Schreibmaschine gekauft ich probiere mal ich weiss nicht ob das schon nächste Woche wahrscheinlich noch nicht weil ich kann nächste Woche noch frei aber übernächste Woche möchte ich mal probieren einen Tag lang nach der Schreibmaschine alte Schule und mache einen kleinen Erlebnisbericht das wird sicher einen Applaus super ich habe heute nebst der Zusammenfassung von der CS einen grossen Test von einem Samsung Fernseher vom Q95T online das ist ihr 2020 Flagship Modell und wie gesagt morgen Vendor Vision also morgen 15. Januar falls du das nicht heute hörst am 14. Januar und sonst nächste Woche ist relativ bei mir noch offen da lasse ich mich noch offen was ich da schön da lasse ich mich selber überraschen was ich schreiben wie es gibt sicher wieder einen bunten Strauss an guten Themen von Luca Fontana ein Bougue ein Potpourri ich habe tatsächlich etwas ich habe es Made40 versonieren getestet und aus dem Google Services weglassen um zu schauen was passiert antworten besonders viel also es ist recht die Huawei Services sind sehr sehr gut geworden dann wo bin ich noch dran ein Navi habe ich mal getestet das läuft auf Android also bin ich selber auseinandergepflücken und dann das iPhone das ich mal noch abschliessen das iPhone 12 ja und dann auch dort komme ich zu meinem Bougie an Test und Artikel bunte Sachen Geräte habe ich wirklich eimer genug das ist doch gut dann wie gesagt ihr findet alle euren Inhalt auf digitech.ch ihr könnt uns auch folgen auf Twitter und Co und genau wenn ihr mehr von uns dann danke fürs Zulassen tschüss miteinander tschüss miteinander tschüss miteinander